Die gegenseitige Wertschätzung und persönlichen Freiraum ist uns ganz wichtig. Jede und jeder macht aus dem Job mit seiner Persönlichkeit etwas Einzigartiges und ist somit sehr wichtig für das Team. Ich finde es sehr angenehm, dass wir alle miteinander auf Augenhöhe sind. Wir spüren den gegenseitigen Respekt sehr gut und wir wissen alle, was wir voneinander lernen können. Ich komme ja aus einer schnelllebigen Generation, in der ständiger Wechsel sehr normal ist. Bei den Elektronen gibt es aber sehr viele Mitarbeitende, die schon Jahre dabei sind und das motiviert mich. Wir befinden uns in einem gesunden Wachstum und in einem technologischen Wandel. Nichtsdestotrotz pflegen wir die Beziehungen mit unseren Kundinnen und Kunden gut, wie auch das Team intern. Diese Beziehung bindet uns langfristig positiv und das gefällt mir. Es ist beidrückend zu sehen, wie sich die Firma stetig weiterentwickelt. Gerade im technischen Bereich. Für mich ist es eine spannende Erfahrung, an deinem Wachstum vorbeizutragen und auch teilzuhaben. Elektro, unser Name ist Plan. Wir elektrifizieren an breiter Front und leisten so einen wertvollen Beitrag für diese so wichtige Energiewende. Darum wird auch du Teil von unserem motivierten Team und arbeite mit uns zusammen an einer nachhaltigen Zukunft von morgen. Erzeugung Untertitelung des ZDF, 2020